hey leute willkommen mal wieder zuletzt adventure minecraft diesmal ja wie immer mit heiko und diesmal mit einem special guest maestro 1999 das ist david der ist aber schon 13 jahre alt möchte jetzt ja und hafenwache also wir spielen die map der endermann dorf oder solle endermann village okay bitte vorher die readme lesen ja haben wir difficulty normalen notes und vorgeschichte sind in der pdf datei zu finden ja brauchen wir nicht wenn ich mache ich ein video wo ich die vorlese und davor noch kann haus von eddie abenteurer ok das zeug sollten uns rausnehmen was wo ich alles so ich glaube das soll das erstmal nacht machen damit wir hier können oder wie auch immer der feld hat auf das david noch gar nichts gesagt hat ich habe übrigens immer noch den raumfahrers kindern too many items ist glaube erlaubt soweit ich weiß ja wie was bringt es aber es ist lustig mal gucken ob irgendwo was anderes anscheinend nicht so alle runter gehen kaum schneller unser spezieller gast ist so ruhig also im haus von victor ich habe auch schon ein papier ja ich habe auch papier und ich habe blumen und kacktehn 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 nicht kaktusse ja doch kaktusse genau wo ist denn unser david david wo bist du der drüben ah ja ihr wart net hier ich bin zu blöd dafür hier geht es runter ach so ja und hier ist komplett dunkel und hier geht es nicht weiter hier geht es weiter Sackgasse steht da hier muss es weiter gehen da steht Sackgasse nein ist da keine sag doch da ist keine Sackgasse ja wie jetzt doch nicht oder was nein da ist ein schalter in der wand man au habe ich nicht gesehen wo denn links wo ist da ein schalter so also wir haben ja Spinnenweben und Fläschchen ich nehme einfach alles mit und Spinnenweben Weinkeller und Schläschchen und ähm ich bin ey Trag der Schnelligkeit ich glaube die leeren Flaschen sollten wir nicht mitnehmen ist unnötig Scheiß drauf ich nehme einfach alles mit äh brauchen wir eine Redstone ja nimm alles mit ja David hat mir die Redstone Fackel geklaut dieser Dieb ähm okay das war's Trag der Schnelligkeit was hast du ich hab einen Trank der Stärke Trank der Stärke okay die bewahren wir uns aber auf wie trinkt die jetzt dann gibt's Ärger von dir warte ich zie erstmal die Rüstung an die ich vorhin aus der Kiste genommen hab so äh aber Jonas sieht zwar scheiße aus aber egal steht hier wo bist du steht hier steht hier bestimmt ja steht hier voll ey David das sieht so scheiße aus oder sie wärs mal hier mit wo bist du aus von Kevin von Kevin digger heißt ja nicht echt digger also ich hatte auch digger dahinter ja der Gräber was sollen wir dürfen wir das Hosen zerstören neger nein hast du die Regeln gelesen ja ähm ich bin wieder beim Anfang fail ähm ich bin wieder beim Anfang fail ey Jonas ich bin bei Olaf dem Becker Olaf dem Becker Olaf dem Becker wo ist er Olaf ja Olaf ist sicher cool oder wo ist Olga die russische ähm haus von Olaf Becker und dem Spender ist nix aber die Brüllen Brot ganz weit was macht der auf ok ok und hey ey hier unten ist was das weiß ich ja ich weiß auch wie nicht gerade man ah Simon was haben wir da noch ja kannst du die kannst du die warte Brot 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 und wie kommen wir jetzt wieder raus ähm achso ja ihr kommt hier nicht raus äh du kommst hier nicht raus ähm ja 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 danke äh weißt du ob die Welt groß ist ja ich denke wir müssen erstmal irgendwo rein finden ich würde mal sagen wir müssen erstmal irgendwo raus finden nein wir müssen runter finden soweit ich das gelesen hab so ja kann sein irgendwo unters Dorf ich bin außerhalb vom Dorf wir brauchen zwei Redstone fucken hab ich ja ich hab ok gut warum braucht ihr zwei Redstone? ja das steht da an dem Schild hast du wirklich zwei Redstone Torches wo seid ihr da hinten bis dahin bist da vor allem然 irgendlaufen Warte he oh chill mal da hast du wirklich zwei Redstone Torches ich kann so schnell lesen ich wusste sofort was auf dem Schild steht naja ich hab's dir auch gar nicht vorher sammert das haus ist irgendwie cool gemacht mit dem rauch ja darunter ist im ofen irgendwas eigentlich überall wo wo mit note 4 steht da müsste man die dinger vorlesen das sind alles dispenser wie du frisst den kompass oder eine karte danke zu die karte brauche ich nicht habe ich nicht kompass nicht mal teleportieren mit plug-in aber du lappen ja 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 komm dir kommst du das ist eine schöne spinne die mich gleich ich schätze aber mal dass sie da weiter geht also ich repariere die maschine eiko danke mir die vielen sachen war maul alter ich gebe dir alle wieder was auch ich nicht habe ich nicht nötig also die redstone leitung ist wunderschön naja du verliebst dich als ein dinge ach cool ja ich habe den weg freigeschalten ja hat jemanden minecart aber da liegen zwei also ich habe ja wo kommt der ganze redstone her keine ahnung aber ich war auf den einfachen das noch nicht noch drücken bitte b scheiße b nun aber nicht wieder macht nicht die leitung kaputt da draußen komm doch einfach hier hinten raus zu lappen soll das so sein ja damit der weg weg geht da war da war naja wie kronk alter kommst du jetzt endlich mal so und wie machen wir das jetzt ja ich habe mein kopf du lappen halter ja mach jetzt mache ich schiebt sich oder auch nicht wie die maincard stehen da und nicht kill dich david warum ist regal fahr ich wieder in die andere richtung wenn du so intelligent bist die strecke geht schon so ab wie der achterbahnfahrt hier hochfall da war ist das ganze abend jetzt nicht hier ist eine säule aus briggs mhm ganz hübsch ich glaube wir haben was gefunden tschüss david nein ich bleibe hier hier ist nix ne das mein kopf hat zurück hat irgendwas aufgemacht hidden secret oh es fängt an zu weinen das soll das sein da unten ist ein creeper lol da kommt ja wirklich wasser raus ich habe keine ahnung was das darstellt aber es guckt mir la das ist ein pummeluf oder so das sieht so aus wie ein pummeluf ja aber der jumper nee wie hieß die map der dropper der dropper ich geh erstmal pennen alter nicht dass david mich wieder in die luft sprengt ja wirklich johann nein ist halt so schlecht jonas macht einfach schnell game mode an hey das ist viel irgendwas dabei ja es ist alles verbrannt ich weiß halt nicht was das war ok wir werden es sehen wenn wir irgendwas brauchen komm oh ja hey vielleicht die zwei redstone torches du lappen die brauchen wir auf jeden fall die finden wir schon wieder auch ich hab die ablocken wie heißt du nochmal wir müssen wir müssen drücken mal auf den schalter da vorne ah wie lang ist die hat man alter Junge drück mal von der auf den schalter man das hat sie gebracht ähm nein hey ihr diamant es hat es also doch gebracht was war das ah ja ähm muss ich das verstehen weh weh ihr guckt den in die augen ey ich kill euch hat jemand einen kürbis Hilfe Jonas Hilfe 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 hat jemand einen hebel gefunden oder dabei zwei redstone torches zwei redstone torches wir brauchen trotzdem einen hebel dabei david nein ihr hattet nur zwei redstone torches nein nein garne die ganze rüstung erde und so weiter das oh lappen äh es steht auch aus wo seid ihr ah ich hab zwei hebel perfekt es gibt auch zwei hebelplätze die goldenen es gibt mehr als zwei aber egal danke achso sind da noch redstone torches die wir te-ro-te-tisch hehehe nein alter ich wäre fast die lava reingefallen hä na da kann man dann durch cool wir brauchen auch einen hebel klar enderman alles klar wo seid ihr ja ich hab david auf der anderen seite von 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 der lava eingesperrt ok der kommt da nicht mehr raus wir haben es geschafft wir könnten konnten von dir naja da ist auch so viel besonderes drin ich hab wieder jetzt wo bist denn du jonas jonas oder da ok wo 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 mach das weg mach das weg mach das weg mach das weg ich hab dem fisch doch gar nicht in die augen geschaut das will der der soll weg gehen jonas jetzt ist er weg rein ich komm nicht mehr Tönt ihn guck doch mal da wo dieses tor ist nach rechts daneben was ich hab das tor nach rechts daneben Hallo Heiko, nein!